herzlich willkommen zu einer neuen folge vom let's collect this softcover sticker album tops euro 2024 und wir haben eine komplett neue sticker box am start weil uns hier leider noch ein paar sticker fehlen nicht mehr so viele ehrlicherweise viele sp sticker aber halt auch 1 2 7 10 und so also ich hoffe dass wir damit einiges abhaken können und mal gucken ich habe jetzt keine genaue anzahl wie viele sticker tüten wir heute öffnen ich will einfach ein paar stick abhaken können und deswegen gehen wir rein flyer kommt weg wir nehmen uns hier erstmal ein paar sticker tüten raus und gucken uns an was wir hier so schönes ziehen wir starten mit benjamin cesco slowenien mit der drei ist schon mal doppelt dann haben wir kroatien ist auch doppelt ungarn 21 auch doppelt england doppelt schenko doppelt und antwan griezmann ist auch doppelt aber heute das wird gefühlt jetzt die ganze zeit zu sein weil wir können ja gleich mal auch durchzählen wie viele sticker überhaupt noch fehlen player to watch slowakei player to watch slowakei gedruckt nicht durch ich habe hier so ein permanent adding heute mal weiß nicht wobei anderer stift ist gruppe b müsste nicht fehlen schottland 12 türkische slowakei und netherlands leider nein ok stellt euch darauf ein dass wir einige päckchen öffnen netherlands 1 weg damit muss das kurz gerade machen so dann wail c mail c nix mehr gruppe a schade das war knapp slowakei 19 und österreich 17 auch nicht harry kane marco beratti endoje aus der schweiz auch nicht kufall 7 tschechien ich glaube ich hier die c e iceland island ist schon komplett das ist gar nicht aufgeschrieben dänemark 16 auch nicht dabei das ist bitter wenn es genauso weitergeht proazien drei albanien schottland türkei belgien frankreich frankreich p1 unglaublich unglaublich und jetzt habe ich mich angemalt weil ich ein fettsack bin türkei 3 weg kroatien 13 weg stadion 3 weg weg alles doppelt ich kann bis jetzt zwei sticker ein kleben das ist so schön so schön wie heute finnland nix mehr spanien 16 auch nicht ukraine 4 und flügel nicht mehr georgien nischt mehr rumänien rumänien p1 und slowenien richtig schon mal drei sticker ok wenn wir so auf fünf sticker kommen wäre es geil griechen estland logo habe ich sowieso schon deswegen hätte ich auch nicht eingeklebt 11 nicht schottland 19 fehlt und ich habe 18 18 gezogen tschechien ne 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 frankreich auch ne lamin jamal gönn gönn doch einen spieler hier irgendwie gönn doch gönn doch gönn doch gönn doch gönn doch und dänemark auch nicht slowenien nein spanien einziger daneben 1 8 9 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 nein und niederlande auch nein ist das bitter ja was mache ich ich öffne noch zwei jungs ich öffne noch zwei und ich weiß nicht wie viele folgen wir noch so machen aber das ist eine komplette stickerbox aber wenn alles doppelt ist macht ja keinen sinn hier irgendwie noch zu öffnen türkei 2 mit p2 wales nix mehr deutschland oh wichtig der könnte sein schottland bitte schottland fehlt sp danke 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 aber egal war trotzdem wichtig das letzte pack hier und ja ich würde sagen die kleben wir ein und dann war es das für die heutige folge wir starten mit schottland zack schottland star player kommt hier der war wirklich noch mal wichtig weil die goldenen werden halt die sticker sein die am ende alle fehlend sind so slowakei welche seite ist das 64 65 beziehungsweise ich muss erhielen perfekt slowakei es ist player to watchy watchy also wir werden auch in der nächsten folge durchzählen wie viele sticker fehlen das machen wir in der nächsten folge und dann entscheiden wir am ende der nächsten folge ja wie weit wir das noch machen frankreich 56 aber der frankreich p1 also muss ich ganz nach vorne zum eiffelturm und zur kompletierung der seite wunderbar sehr geil und dann noch und dann muss ich hier und leider nicht zur kompletierung der seite das ist quasi der identische sticker aber davon von belgien fehlt noch p1 und dann haben wir hier auch die gruppe e was das angeht komplett die vanderie aber egal leute das soll es gewesen sein für die heutige folge es waren vier sticker am ende und vier sticker die ja am ende wichtig geworden wären wir haben sie abgehakt so soll es sein dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss